So, 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 YouTube. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Foundry. Wir sind wieder da. Ich habe ein paar Laufwege gebaut, wie man sieht. Wir kommen jetzt bis zu den Maschinenteilen, wir kommen bis zu den Platten. Wir können auch hier einfach rüberlaufen an unserem gigantischen, modularen Gebäude-Funkturm vorbei. Vielleicht, weil ich ja nicht immer nach da hinten will, wäre hier noch ein Weg gut. Hier rüber. Mal gucken. Oder hier vorne rum lang. Ja, also irgendwo brauchen wir auf jeden Fall noch einen seitlichen Weg. Ups. Hier kann man auch schon hoch und nach da drüben fehlt uns auf jeden Fall was. Ich baue gerade leider noch Dinger und dann kommen 500 von denen später. Das heißt, das müssen wir dann dann machen. Aber grundsätzlich geht es dann nach da nicht zum Stahl und zu den Rohren. Wir haben hier das erste angeschlossen bzw. rübergebracht für die Baublöcke und zwar die Platten. Beton ist da. Fortgeschrittene Maschinenteile brauchen wir da noch. Die sind ja auch da. Okay. Jetzt sind wir aber gerade auf dem Weg nach hinten. Wir müssen aus Stahlträger auch auf die Seite Polymerplatten und elektronische Komponenten nach vorne bringen. Das sind elektronische Komponenten. Ich glaube, die laufen sogar nach vorne. Ne, laufen sie nicht. Und hier sind Polymerplatten. Ah, das ist der Eingang, nicht wahr? Für das hier. Wo kommen die her? Von da hinten. Hm. Ich hatte gerade so die Idee, dass wir hier vielleicht an der Kreuzung abgehen. Mit dem, oh, mit dem Splitter. Och Mann, also. Wer hat Seifenfüße manchmal. So, geht auch. Dann können wir hier abgehen und hier abgehen und müssten nämlich nur durch, glaube ich. Genau, wir müssen nämlich hier ankommen. Das wäre schon optimal. Ich meine, die laufen eh in die Richtung, aber die noch nicht. Das heißt, wenn wir hier splitten. Im Zweifel müssen wir hier später ein zweites Rohr hin, äh, Förderband hinbringen. Wenn das nicht mehr reicht, kapazitätsmäßig. Und dann laufen die nämlich in die Richtung. Sehr schillend. Er löpt. X. Zack. Oh, shit. Das ist nicht gut, aber hier kann ich hoch. Ah, perfekt. Und hier genauso. Da brauchen wir hier den Splitter. Der da wäre. Zu breit. So. Dieser Baumodus. Okay. Das heißt, wir haben jetzt elektronische Komponenten, Polymerplatten, haben wir hier. Das ging einfacher, als ich gedacht hätte. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Wenn die Sachen immer so, ja, sag ich mal, semi-einfach gehen. Dann ist da doch oft ein Haken mit dabei. Den ich dann zu spät sehe. Ja. Und. Zack. 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 So, alles, was wir von hinten brauchen, ist da. Elektronische Komponenten, bla bla bla. Beton ist hier, der ist da. Xenopheritplatten sind da. Dann fehlen eigentlich nur noch Stahl und Co. Was ich inzwischen, aber das ist noch nicht fertig, uns fehlen nämlich noch die Dreierreiher. Die Frage ist nämlich, wie schließen wir die Sachen hier an? So. An sich müssen wir immer eine ordentliche Splittung vornehmen. Bei Vieren ist das gar nicht so irrelevant. Oder so schwer. Das Problem ist, wir müssen das auch seitlich machen. Das ist halt problematisch. Ich kann es ja nicht einfach so durchlaufen lassen, dann snackt der alles weg. Doof. Theoretisch müssen wir also einmal für die hier ankommen mit den drei Sachen für die Mitte, aber auch für die Seite. Also eigentlich müssen hier zwei Türme ankommen. Das ist ungünstig. Ich habe das noch nicht so verinnerlicht, wie man das sinnvoll machen könnte. Sechs Dinger ran ist auch echt heftig. Und vorne hinten geht auch schlecht, weil da muss man seitlich mit den Ressourcen raus. Wobei ich glaube, das fast am einfachsten finde. Wenn wir sagen, das hier läuft zum Beispiel dann hier hoch und das läuft hier hoch zusammen. So. Da kommen ja nicht so viele raus, hoffe ich. Das werden wir dann sehen. Und dass die sich hier irgendwie hier hinten lang schlängeln, drunter gehen, drüber gehen. Das wäre eigentlich gut. Dann hätten wir jetzt von der Vorder- und der Rückseite die Möglichkeit, gleich ranzugehen. Das heißt, die beiden von hinten. Beton und Platten von vorne. Also Beton, Platten und fortgeschrittene Maschinenteile von vorne. Stahl, Polymer und elektronische von hinten. Okay. Gucken wir mal. Und hallo, Halt Casey. Vorne, hinten, vorne, hinten. Warst lang nicht mehr drin. In Foundry? Ich auch nicht. Eineinhalb Monate oder so. Das geht ganz schnell. Wir haben ja jetzt immer Work and Resources gemacht. Oh, das geht nicht. Oh. Ich dachte, durch den einen Abstand, das reicht. Der braucht zwei Abstände. Okay, wartet. Bedeutet, ab hier nochmal alles neu. In deinem Stream. Ach so, meinst du das? Ja, das ist ja noch weniger problematisch. Als Info, alle Streams gibt es auch auf YouTube zum Nachgucken. Also da kann man immer jederzeit die Streams bis 2018 zurückgucken. Wen es denn interessiert? Je neuer, desto besser, sag ich mal, gecuttet ist es. Aber früher habe ich mir darüber gar keine Sorgen gemacht oder Mühe gegeben. Dementsprechend ist es da vielleicht nicht ganz so, ja, schön. Ja doch, aber lassen wir den ruhig eins weiter hinten sitzen. Wäre vielleicht gar nicht schlecht. Wenn wir schon dabei sind. Und ansonsten, ich bin immer täglich online. Selten, dass ich mal nicht da bin. Da habe ich wirklich gar keine Lust. Ansonsten bin ich immer da. Und jeder kann so viel reingucken oder so wenig reingucken, wie er möchte. Gerade jetzt im Sommerloch ist das ja eher nicht verwunderlich. Ich habe gerade vorhin gesagt, selbst bei den größten Streamern hast du dann durchaus weniger Zuschauer zu verzeichnen. Bei den kleinen merkt man es halt nur stärker. Neun müssen wir dazwischen haben. Okay, bei denen jetzt nicht. Dann machen wir nur drei und zwischen den drei. Neun. Oh, das war falsch. Also alles tutti frutti. Manchmal passen ja auch die Spiele nicht. Gerade das hier ist ja, sag ich mal, ein bisschen besonderer. Da muss man schon Lust drauf haben auf so Automatisierungs-Games. Und auf jemanden, der es so verpeilt baut wie ich. Ich weiß, viele bauen irgendwie immer anders. Aber ich mag, ich habe die anderen Bauweisen probiert. Die waren halt nichts für mich. Ich bleibe bei meinen. Und ich bin zufrieden damit, wie es läuft. Wir sind jetzt nicht schnell, aber es geht ja auch nicht um schnell sein. Zumindest für mich nicht. Jetzt kann ich das nicht genau mittig stellen. Äh, äh, äh. Sehr gut. Wobei es hier problematisch werden könnte. Von der Enge her. Ich kann das aber auch... ...so drehen. Ah, ne, geht nicht. Weil das im Weg wäre. Hm, dann müssen wir nochmal... Müssen wir erstmal... ...bauen. Spiele nur Hardcore-Spiele. Ja, siehste, das Elden Ring-Core... ...das ist wieder genau das, was ich gar nicht spiele. Ich bin cozy unterwegs. Wobei Elden Ring wäre noch das Erste, was ich mir angucken würde. Einfach, weil es... ...halt auch nicht Hardcore geht. Ui, die sind falsch rum. Aber... ...ich bin immer froh, wenn ich nicht arbeiten muss in Spielen. Spiele sind für mich Entspannung und nicht Arbeit. Wenn ich arbeiten will, gehe ich Geld verdienen. Da hat man genug Stress. Die waren richtig rum, interessanterweise. Ja, wir kommen nicht... ...direkt ran. Wenn wir noch eins nach hinten gehen... ...hilft mir das. Ich glaube nicht. Gut, ich kann ja... ...das durchaus so machen. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Wäre auch eine Option. Oh. Manchmal ruckelt's. Wir haben auch schon echt viel gebaut. Ich liebe auch Horror-Games und sowas. Siehste. Ich auch gar nicht. Das ist wirklich... ...so, so. Ich kann Horror einfach nichts abgewinnen. Ich hasse es, mich zu erschrecken. Und ich mag auch dieses Blutige gar nicht. Ich bin... Ich mag die alten Spiele, wo es kein Blut in den Spielen gab. Ich mag auch die alten Serien, wo es kein Blut in Serien gab. Boah, dieses... Boah, blutige... Nee. Kann ich mich nicht für erwärmen. Aber es ist halt Geschmackssache, ne? Der eine so, der andere so. Ich mache mir mein Hardcore hier selber. Indem ich mir... ...verrückte Konstruktionen ausdenke. So, das Ganze müssen wir nochmal bauen. Reicht ja nicht, dass wir es einmal haben. Sondern wir haben es gleich zweimal. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen sowas wie Templates und Kopieren gibt. Wahrscheinlich. Und ich baue hier immer alles einzeln. Ah, das ist Hardcore. Elden im Ring ausprobieren? Naja, dafür kaufe ich es mir nicht extra. Ich weiß, dass ich den Controller nach 10 Minuten kaputt hauen würde. Da brauche ich nicht... ...nicht ausprobieren. Spätestens die Bosskämpfe... Ich würde nur über das Spiel meckern und mich aufregen. Und das ist für das Herzchen nicht gut. Dafür steckt in mir zu viel... ...Game-Kritisierer. Ich weiß, viele würden gerne immer... ...das Spiel, was sie gerne haben, sehen bei jemandem. Aber manche Spiele fühlt man und manche nicht. Elm-Ring ist so ganz knapp an meinem Interesse vorbeigeschlittert. Wobei es noch am coolsten fand. Oh, noch ein mehr. Aber zum Beispiel... Ich bin jemand... Ich gebe maximal... ...20 Euro für ein Spiel aus. Außer ich weiß, wirklich ist ein Aufbauspiel... ...und ich spiele hunderte Stunden dran. Aber sowas wie Elm-Ring... ...hab ich halt auch... ...die letzten... ...ja... ...30 Jahre nicht gespielt. Weil ich so eine Spiele halt einfach... ...im Normalfall nicht... ...nicht spiele einfach. Ich weiß, als Jugendlicher habe ich mal... ...das ein oder andere ausprobiert. Ah, jetzt weiß ich auch, warum das hier eins länger ist. Weil die anderen... Weil die Dinge einen weit zu... ...zu weit vorne sind. Oh Mann. Okay, nochmal alles weg hier. Wer hat denn die gesetzt? Siehste, da geht der Hardcore hier los. 1, 2, 3... ...1, 2, 3... ...1, 2, 3... ...liegt aber auch wahrscheinlich ein bisschen am Alter... ...ob man Sachen... ...noch zugänglicher hat oder nicht. Irgendwann ändert sich auch so... ...die Lust, Spiele auszuprobieren. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Das ist so ein bisschen... ...Filme bei mir auch. Das hat irgendwann aufgehört. Früher habe ich ganz gerne Filme geguckt... ...und dann irgendwann waren Filme immer... ...so ein Schema, wo ich wusste, was passiert... ...und dann habe ich es nicht mehr... ...gespielt... ...ääh, geguckt. Und Serien heutzutage auch nicht. Die sind alle so... ...dramatisch... ...kurz geschnitten, dass da gar nicht irgendwie... ...großartig was passieren kann drin. Und man ist dann irgendwann gesättigt. Gesättich ist der richtige Begriff im Alter. Und ich bin dann immer schwer begeisterungsfähig. Das ist dann mein zweites Problem. Weil ich auch zu oft enttäuscht wurde. Also da muss man auch der Game-Industrie... ...so ein bisschen die Schuld geben. Die haben es echt hingekriegt... ...nur noch Scheiße auf den Markt zu werfen. Und dann ist man natürlich... ...immer wieder skeptisch. Äh... ...ja doch, ist richtig. Jetzt weiß ich, was ich hier machen muss. Ups. So. So. Kostet sich Euro... ...habt so viel Gelb schon für Games ausgegeben. Äh. Ich habe zum Beispiel... ...bem letzten Game, wo ich so viel ausgegeben habe. Das war einmal Starfield. Da habe ich die Premium Edition gekauft. Ich habe da nicht ein Patch mehr gesehen seit Monaten. Weiß nicht, ob die überhaupt noch dran entwickeln. Wahrscheinlich nicht. An ihrem Quadruple A. Ach nee, das war ja... ...äh... ...Skull & Bones. Und... ...äh... ...dann bei... ...City Skylines. Und das war auch eine Mega-Enttäuschung. Und seitdem... ...bin ich eigentlich raus. Ich... ...das hat mich sogar so verunsichert, dass ich... ...seitdem gar kein Spiel mehr gekauft habe. Sonst hatte ich immer so ein Spiel im Monat, wo ich gesagt habe, das kaufe ich. Aber die haben mich so rausgeworfen, dass ich sage, die kriegen alle mein Geld nicht. Die können alle nix. Da muss ich erstmal wieder irgendwie... ...was Frisches kriegen, was mir dann Spaß macht. Aber Elden Ring weiß ich... ...wär mir zu... ...Hardcore. Ich bin so langsam und so schlecht in Hand-Augen-Koordination. Das war ich schon immer. Das würde mich einfach nur stressen. Dann müsste ich wahrscheinlich im Accessibility-Modus... ...äh... ...für... ...Einarmige oder sowas spielen. Damit ich da überhaupt was hinkriegen würde. Okay, ich glaube, wir haben es für die Seite. Das Gleiche müssen wir nochmal auf die andere Seite machen. Und jetzt müssen wir die nochmal verbinden, die drei. Das heißt, auf der Ebene... ...hier. Geht sogar. Sehr gut. Sims 4, was für dich? Ja. Aber ich muss sagen, ich habe Sim 4 schon gespielt. Auch on-stream. ...und wieder deinstalliert. Es ist halt... Ja, sagen wir mal so... ...grafisch war es... Wie soll man das freundlich sagen, nicht? Und von der Steuerung her... Ich habe nicht... Ich habe nicht mehr geschafft, die Kamera ordentlich zu drehen. Ich war so genervt davon. Ich habe es einfach nicht mehr hinbekommen. Das ist... Wenn die Spiele zu alt sind... ...und man sich an moderne Steuerung wie die hier gewöhnt hat... ...so... ...und dann kriegt man irgendwie so Sims 4... ...und du musst Shift drücken und W, um dann zu drehen... ...und G, um... ...oder man muss sich alle Tasten erstmal selber belegen, damit das wieder normal ist. Da war ich irgendwie auch... Ich bin da sehr empfindlich bei sowas. Ich weiß. Ich würde es gerne abstellen. Aber... Das nennt man, glaube ich, alt sein. Aber ich war schon... ...vor 20, 30 Jahren so. Also... Das hat sich bei mir einfach nur manifestiert. Aber nicht geändert, wenn man so will. Aber Sims 4... Früher habe ich gerne gespielt. Aber irgendwann... ...ist einfach die Zeit gekommen... ...dass man sowas dann nicht mehr spielt. Ich brauche halt wirklich mal so... ...so was wie Worker & Resources im Frisch... ...oder City Skyline 2 in Goo. Das wären sie. Ich hoffe ja Frostpunk. Frostpunk werden wir spielen. Ich bin da zwar auch noch skeptisch, ob das wirklich so... ...gut wird, wie... ...wie man den ersten Teil hatte. Den ersten Teil zum Beispiel als Hardcore-Spiel... ...hab ich wirklich so gesuchtet, dass wir... ...ähm... ...im schwierigen Modus... ...keinen einzigen Toten hatten. Das war zum Beispiel... So kann man mich abholen, nicht? Weil da kann man Pause machen. Da kann ich überlegen. Das ist immer ganz gut. Wo ich eventuell reingehen würde, wäre höchstens... ...WOW-Hardcore. Da könnte man mich kriegen. Aber nur, weil ich... ...WOW-Früher gespielt habe. Aber das Problem ist mit der Game Time, da müsste ich jeden Tag so viele Stunden spielen... ...dass ich ein Gefühl habe, das würde sich lohnen. Das ist immer schwierig. Das ist immer schwierig. Ähm... Wie viel sind denn das? 1, 2, 3... ...und dann kommen die schon. Okay. 1, 2, 3... ...und dann kommen die schon. Also hier. WOW ist geil. Definitiv. Also das ist wirklich... ...aber ich weiß halt, wenn ich mit WOW einmal anfange, dann steige ich mich wieder zu sehr rein. Deswegen spiele ich es einfach nicht. Das ist so die Nemesis. Aber warum es zum Beispiel keine Games wie WOW in dem Style gibt, frage ich mich schon sehr lange. Es gibt halt diese ganzen Japano-MMOs, die machen mir auch vom Style her gar keine Laune. Wenn ich schon immer diese, ähm, äh, ja, Frauen mit den hohen Beinen sehe, Waffen, die 8 Meter lang sind, da bin ich irgendwie die falsche Zielgruppe für. Ich hätte gerne mal wieder so ein, ja, westliches MMO, was aber nicht von Inns und Kunst entwickelt wird, sondern wirklich von einer guten Firma dann. Ähm, warum muss ich jetzt hier... ...ah, ne, muss ich ja gar nicht. Alles klar. Ne, ne, passt. Ich habe mich gerade gewundert. Mann, dieser Baumodus... Der hier ist zum Beispiel auch nicht das Allerbeste. Man muss immer X drücken, weil er jedes Mal vergisst, dass man in den anderen Baumodus wollte. Wo ich rein wollte, ist zum Beispiel, ähm, aber da hat keiner irgendwas zu sagen können bisher. Asaka, Soulmask, ähm, und Bellride. Ich habe die bei Hirnsturz immer gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich halt Spaß dran hätte. Und wenn ich nicht 100% überzeugt bin, dann hole ich mir immer was nicht. Das ist wahrscheinlich der Fehler. Rotato. Ah, ne. Äh, wenn Isaac. Binding of Isaac, ne? Das fand ich... ...ganz lustig. Aber das ist ein Spiel, ich weiß genau, da würde ich nur gerne zugucken. Wenn ich selber spielen würde, wäre ich nach zwei Runden super genervt. Sind ja alles nicht schlechte Spiele, sind nur nicht meine Spiele. Dafür kenne ich mich, glaube ich, auch zu gut. Leider. Ich weiß genau, mein Kopf sagt mir dann, du hast keine Lust da drauf. Oder ich werde so pissig, dass es auch keinen Spaß macht. Zum Beispiel RimWorld. RimWorld war ein ganz cooles Spiel in der Beta. Und dann haben sie es immer höhere Schwierigkeitsgrade, härtere Raids gemacht. Und ich habe halt immer eine schöne Siedlung gebaut. Und dann hast du irgendwie gleich am Anfang mit drei Leuten einen Schönheitswert von 8000, weil du halt alles ordentlich geputzt hast. Und dann kommt ein Raid von 20 Leuten und tötet deine drei Leute. Haha, lustiges Spiel. Habe ich ausgemacht, nie wieder gespielt. Ich habe nochmal versucht, mit Mods das alles immer ein bisschen zu regeln. Aber dann fühlt es sich an, als ob man cheatet. Und dann habe ich auch keinen Bock auf das Spiel. Und da ist zum Beispiel für mich auch die Entwicklung in die falsche Richtung gegangen. Ja. Ich finde so ein bisschen Herausforderung gut. Aber wenn sie nervt. Ich werde halt nicht genervt werden beim Spielen. Das ist glaube ich so die Sache. Ich finde viele Spiele heutzutage einfach nervig. Und wir könnten, glaube ich, tausendmal weiter sein in der Spieleentwicklung. Aber wir machen immer wieder die gleichen Sachen. Dann gehen die Firmen, die endlich mal Erfahrung haben, pleite. Und dann kommt eine neue Firma, die wieder keine Erfahrung hat, die das gleiche nochmal durchmacht. Und bis sie das gelernt hat, ist sie pleite. Irgendwie ungünstig. Okay. Wow. Wir haben es. Gibt es zu spielen überhaupt eine Chance? Ähnlich. Das ist das Problem. Also ich gebe Spielen insofern eine Chance, dass ich, wenn ich sie sehe und wirklich weiß, ich würde spielen, dann spiele ich sie. Aber das sind halt die wenigsten Spiele. Das sind halt wirklich dann Ausnahmedinger. Und dann ist es auch Genre-Unabhängig. Wie gesagt, Endring war so ganz kurz davor, dass ich sage, das hole ich mir. Das war wirklich seit langem das Closeste, wo ich überlegt hatte. Wäre es für 25 Euro rausgekommen, hätte ich es gespielt. Aber jetzt ist es schon wieder so alt, dass ich sage, auch mit Add-on, nee. Wobei ich die Politik der Firma richtig geil finde, nicht? Also ohne nervige Scheiße, ein schönes Spiel mit einem normalen DLC, was richtig groß ist. Die haben alles richtig gemacht, in meinen Augen. Oh. Ich nicht. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Oh, ich habe gar keinen Aufgang, nicht? Oh. Ich habe hier zwar überall Wege, aber keine Aufgänge. Na ja. Valorant, na ja, alles was schnell ist, kannst du bei mir vergessen. Schnelle Shooter gehen gar nicht. Hand-Augen-Koordination, wie gesagt, ist nicht vorhanden. Was soll ich in einem Spiel, in dem ich spawnen und tot umfalle? Also ich habe damals Call of Duty mal gespielt. Und, also... Die allerersten Call of Duties, die gingen noch und dann irgendwann, du bist gespawnt in den Rücken geschossen. Gespawnt in den Rücken geschossen. Warum soll ich mein Leben damit verschwenden? Das ist einfach nur dumm. Und in anderen Spielen genauso. Irgendwo... Du guckst mit einem Pixel deines Kopfes um eine Ecke bis tot. Das sind nicht meine Spiele. Definitiv nicht. Da kann man... Da können sich andere mit frustrieren, aber ohne mich. Okay. Oh, jetzt komme ich da nicht ran. Kann das sein von hier? Oh. Okay, so wäre aber okay. Ah doch, ist dran. Sehr schön. So eine Spiele wie hier. Ich kann in Ruhe Pause machen. Ich kann... Alles ganz gemütlich machen. Das... Das ist eher meins. Cozy. Je ruhiger, desto besser eigentlich. Und... Oh. Unterfallne Scheiße. Gut, dass ich mir einen Aufgang gebaut habe. Vielleicht baue ich noch einen zweiten Aufgang. Woanders. Ja, ich baue Geländer um die Dinger. Dann falle ich nicht immer runter. League of Legends, Cozy. Oh, nee. Also... Ist vielleicht auch so eine Sache. Ich liebe Multiplayer-Spiele, wenn es keinen Multiplayer gibt. Das ist... Das ist mir eigentlich am liebsten. So... Ähm... Wie kann man das erklären? So wie WoW eigentlich. Ich habe... Im WoW gerne einfach in der Hauptstadt rumgestanden. Und mir angeguckt, was die Leute... Wirklich. Ein Millimeter daneben. Äh... So... Dass man sich so fühlt als... Ah, da ist Leben. Aber ich habe immer nur alle eingequestet. Mal einen Dungeon. Aber... Dieses in Gruppen... Was zu machen... Ich bin halt einfach kein sozialer Mensch. Ich hasse halt Menschen. Aber ich bin trotzdem gerne so... Passiv dran beteiligt. Äh... Schwer zu erklären. Hatten MMO auf PvE-Basis. Das ist es. So... Die Dinger haben wir auch. Jetzt muss ich da irgendwie hoch. Warten mal. Wir gehen von hier oben rauf. Ja, wir machen das hier hoch. An der Stelle. Ich bin halt sehr speziell. Ich bin halt anders. Deswegen guckt hier auch keiner zu. Im Normalfall. Weil ich halt alles anders mache. Aber das ist okay. Das muss es auch geben. Danke. Ja. Hier. So ist es halt. Also ich mag Shad nicht. Aber so... So in echt mit Menschen interagieren mag ich zum Beispiel halt gar nicht. Oder auch so... Also... Auch so Gruppenzwang. Ich mag zum Beispiel eine Gilde nicht. So... Cozy-Gilden waren okay. Und die waren meistens tot. Und die anderen Gilden waren immer so... Du musst um die Uhrzeit da sein. Weil wir das und das besprechen wollen. Okay. Bin raus. So. Und genauso bei Raids. So Cozy-Raids. Wo man einfach so reingehen konnte. Die waren cool. Aber da wo du irgendwie... Du musst in der Millisekunde dastehen. Wenn du nicht dastehst. Dann wirst du gleich rausgebannt. Äh... Ohne mich. Geht alleine. Und das wurde halt immer mehr ein WoW. Und dann war ich halt irgendwann raus. Wie gesagt. Wenn Sachen zur Arbeit werden. Habe ich keinen Bock drauf. Dann gehe ich lieber auf Arbeit. Zwei Stunden mehr arbeiten. Und kriege Geld dafür. Ich will halt entspannen. Und das ist doch keine Entspannung. Die Platten kommen da an. Die müssen wir jetzt hier rumführen. Ja. Sehr gut. Wenn andere sich gerne Arbeit machen. Dann können sie das ja gerne tun. Ich meine für andere ist das hier Arbeit zum Beispiel. Für mich ist das hier wieder entspannt. Oder für andere ist das hier langweilig. Und ich finde das aber spannend. Wenn man am Ende dann sieht. Ob alles zusammen funktioniert. Wenn die Steuerung noch ein bisschen besser wäre. Wäre es noch geiler. Und ich nicht immer runterfallen würde. Siehst du. Wie soll ich da Valorant oder sowas spielen. Wenn ich nicht mehr die Leiter gerade gehen kann. Ohne runterzufallen. Das ist doch... Oh. Ich brauche wirklich so Kindergeländer. So Ecken. Wo man sich den Kopf nicht dran stößt. Oh. Das können wir auch von hier unten bauen. Einmal hoch. Aber wir... Wir haben... War halt in der Hinsicht... Zumindest so geil. Dass man einfach... Einfach da sein konnte. Ich habe mich manchmal einfach nur... Einfach in die Hauptstadt gestellt. Auf der Brücke... Getanzt. Mit meinem Charakter. Und das war es dann. Und dabei vielleicht... Ein Dungeon gesucht oder so. Einen ganz normalen. Ich komme von hier nicht ran an die Stelle. Wirklich dieser Baumodus ist aus der Hölle. Ich finde deine Streams toll. Aber ab wenig Zeit. Das ist ja immer ein Kompliment. Danke. Ich glaube... Ich verstehe halt immer... Andere Streams nicht. Die viele Zuschauer haben. Und die dann gar nicht mit ihrem Chat reden. Ich meine... Wenn ich jetzt eine Aufnahme habe und dann kommen irgendwelche Sachen, auf die ich nicht eingehen will, dann gehe ich da auch nicht drauf ein. Ey, was sind das für ein Ding? Ich dachte nämlich, das sind die Dinger. Okay. Dann weg damit. Aber... Manche sitzen ja einfach nur da. Und die hörst du... Eine halbe Stunde nix machen. Und die haben dann irgendwie... Tausend Zuschauer. Und du fragst dich... Der macht doch nix. Oder irgendeine Channel. Es gibt inzwischen Leute, die haben... Das Game perfektioniert. Es gibt Leute, die haben ja VTuber. Und die VTuber gehen in den Schlafmodus. Also dann gehen die in I'm Only Sleeping mit ihrem VTube Charakter. Das heißt, die können eben bei Zocken, Essen, Kochen, irgendwas machen. Und ihr VTube Charakter schläft aber in einem virtuellen Bett. Und die Leute gucken zu und geben Geld. Und das verstehe ich nicht. Da bin ich raus. Das ist eine Welt, die ich nicht mehr verstehe. Dann bin ich legit old. Okay. Aber wir haben echt viel geschafft in der Folge. Wir haben gut geredet. Ah, geht noch fünf Minuten. Siehst du mal, die Zeit vergeht gar nicht. Wenn man gut redet. Dann können wir hier noch den... Den Speicher vielleicht irgendwie vorsehen. Welches... Aber warte. Ein Shooter gibt es, den ich gespielt habe. Und den ich auch gerne gespielt habe. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht mehr gespielt habe eigentlich. Und zwar... Da war ich auch recht gut drin. Wie hieß denn der? Rook Company, glaube ich. Der war richtig cool. Weil da hatte man auch als, sag ich mal, nicht treffsichere Person halt Möglichkeiten, wenn man taktisch vorgeht und die Map ein bisschen kennt, Erfolge zu erzielen. Und das zum Beispiel auch bei Wildlands. Multiplayer-Shooter von Wildlands. Das war zum Beispiel unser Game. Das haben wir früher rauf und runter gespielt. Und das beste Game war wirklich, wo wir einfach zwei Stunden da lagen auf der Steinbruch-Map. Das war eine Map, die lief so zueinander zu. Ein Team hier, ein Team da, auf so Baumaschinen in so einem alten Steinbruch. Man konnte nicht drum herum, man konnte nur auf die Baumaschinen rauf. Und... Ja, dann musste man versuchen, halt irgendwie rüberzuschleichen, um die anderen zu erwischen, nicht wahr? Aber es war einfach geil. Und keiner hat den ersten Schritt gemacht. Und dadurch, dass es aber auch kein Zeitlimit gab, war es halt besonders nervenkitzelig. Natürlich ist nicht viel passiert, aber diese Dramatik, dass jede Sekunde es losgehen könnte, die anderen vielleicht sich entscheiden, loszurennen, war halt wirklich was Besonderes fand ich bei Wildlands im Multiplayer. Breakpoint ging dann auch, aber da war es technisch halt nicht mehr ganz so gut. Ah, wir hätten da hochgehen können, wartet mal. Das ist vielleicht sinnvoller. Oder wir gehen... Wir müssen ja eh da drüben hin. Ist hier irgendwas auf der Höhe noch? Nee. Okay, nee, dann gehen wir hier den Weg lang hoch. Das macht mehr Sinn. Bin sehr gerne in Hand of Blood seinen Stream, aber da ist es blöd, weil er über einen mehr zuschaut und dann ist es schwer mit ihm zu reden. Ja, das ist dann der Nachteil. Wobei du, wenn du vernünftige Kommentare machst und überall kommentierst, dann nimm dich die Leute auch eher wahr. Also, das kann man schon so sagen. Wenn du kein kompletter Vollidiot bist, dann wirst du eher gelesen. Und wenn du dann vielleicht auch noch auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, oder bei Instagram auch immer Kommentare abgibst oder so, dann erhöht es auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit. Gut, bei einer Million ist es schwer, nicht? Da sind die OGs, die wahrscheinlich von Anfang an da sind, die dann eher ins Auge fallen. Aber man nimmt natürlich auch die Benutzerfarbe irgendwann eher wahr und sowas. Oh oh, das habe ich falsch gebaut. Und wenn du einmal einen Namen mit etwas Positivem verknüpft hast, dann liest du ihn halt auch eher, als wenn du einen Negativen hast und dann findest du ihn auch unter tausenden Beiträgen, nicht wahr? Also, das habe ich mit einigen gehabt, aber da bin ich jetzt auch nicht mehr aktiv im Chat. Weiß nicht, ob die mich noch großartig erkennen würden. Aber man merkt halt auch, wenn man quasi erkannt wird, auch wenn man nicht miteinander direkt redet oder so. Okay, hier gehen wir auch schon nach da vorne. Das ist natürlich praktisch. Wir brauchen doch die erweiterten, oder? Ich gucke nochmal. Fortgeschrittene Maschinenteile, das wären die hier. Dann nehme ich aber einen zweiten, würde ich sagen. Dann nehmen wir einen zweiten Ausgang. Ja, und dann gehen wir auf der Seite vorbei. Das ist gut. Dann können wir nämlich die doppelte Kapazität fahren. Einmal hat er mir sogar auf Instagram geschrieben, da ist mein größter Flex. Boah, süßer, ist doch schon mal was. Oh. Shit, auf der Seite sind die hier. Okay, da müssen wir nicht runterfallen. Dann würde ich sagen, äh, baue ich mal dieses Ding fertig. Und wir sehen uns in der nächsten YouTube-Folge wieder. Äh, bis gleich.